Hallo, hier ist wieder eure Maja. Gartenliffel Maja von Majas Insel. Sagen wir es doch so. In diesem Video möchte ich euch mein Hatschnecken-Terrarium zeigen, denn es hat sich ein entweder und oder trauriges oder faszinierendes Schicksal- oder Naturschauspiel ereignet, das ich euch jetzt zeigen möchte. Denn entweder ist die eine Schnecke gestorben oder sie hat sich verkapselt. Ich werde euch das mal zeigen. Ich habe eben ins Becken geschaut und dann ist mir aufgefallen, dass die eine Schnecke recht leer aussieht und das ist diese hier. Die werden wir uns gleich angucken. Wir können ja auch mal gucken, ob die andere Schnecke... Nein, die ist noch so schrumpflig wie immer. Hier, das war eh die... Das ist ja so meine Sorgenschnecke hier, ne? Weil die so winzig ist im Vergleich zu meinen anderen Schnecken, wenn man mal gucken kann. Und hier Schneckenhaus ist auch nicht so unten so schön cool abgerundet, sondern halt so... Ja, so schrunzlig irgendwie. So. Ich habe davon schon mal gehört, dass Schnecken sich auch einkapseln können, so wenn es zu trocken ist oder keine Ahnung oder überhaupt, was weiß ich. Ähm... Tja. Ob diese Schnecke sich jetzt dachte... Ja, ich lasse mit dem Handy... Ob die Schnecke sich jetzt dachte, sie hat sich eingekapselt oder sie ist gestorben, weiß ich nicht genau. Genau. Ich kann ja mal... Ich habe hier ein Stäbchen. Wo sind da Stäbchen? Ups. Tja. Hm. Das fühlt sich... Ich weiß nicht genau. Was würdet ihr sagen? Es fühlt sich nicht hart an. Aber die Schnecke stinkt auch nicht. Und eigentlich müssten die wohl stinken, wenn sie... Wenn sie sterben. Tja, ich weiß nicht genau. Ich werde sie halt mal wieder ins Becken zurücklegen. Reinsprühen oder so werde ich jetzt mal nicht. Aber ist das nicht faszinierend? Vielleicht haben wir bald ein... Eine arme Schnecke, die gestorben ist. Warum auch immer. Oder wir haben eine Schnecke, die Winterrohr einlegt. Ich weiß halt nicht. Die Temperatur im Becken ist eigentlich okay. Die Luftfeuchtigkeit kam mir jetzt ein bisschen zu gering vor. Aber gleichzeitig ist die Erde immer so nass. Deswegen weiß ich auch nicht genau. Tja, wir werden sehen, was Mr. und Mrs. Schneckerich tun wird. Ob sie irgendwann wieder auferstehen wird oder was da jetzt genau passiert ist. Wie gesagt, hier können wir nochmal reingucken. Aber ich würde halt nicht reinsprühen oder so. Das sollte man nicht tun. Und ich glaube nicht, dass die nur schläft, weil die sich mega krass weit zurückgezogen hat. Warte mal, habt ihr gesehen? Die andere Schrumpelschnecke. Wie die eigentlich, äh, naja, wie die das so handhabt. Ich werde das Becken hier mal ein bisschen sauber machen. Ähm, werde auch noch ein bisschen neues Futter reinlegen. Und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Denn ich will euch noch ein bisschen was zur Pflanzenvielfalt des Beckens erzählen. Beziehungsweise zeigen. Wir können ja mal die Jungschnecker Rhinos, äh, äh, Blitzlicht ausmachen. Zum Beispiel hier die an der Scheibe. Ich lasse die, also da sind zwei an der Scheibe oder so. Ich lasse die jetzt einfach mal im Becken und gucke, ob die irgendwann sterben oder ob sie wachsen oder so. Vielleicht haben wir ja bald noch eine neue Schnecke. Sollte diese, ähm, tja, es nicht geschafft haben. Ich werde euch da auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten, ob sie sich verkapselt hat. Wie gesagt, die können mit, mit Kalk oder so, können die sich so einkapseln. Wenn es halt zu trocken ist oder zu warm oder zu kalt oder so, ich weiß auch nicht so genau. Oder sie hat sich halt zurückgezogen, um zu sterben. Aber das weiß ich nicht so genau. Äh, werde ich euch in zukünftigen Videos auf jeden Fall weiteres erzählen. Ich werde das Becken jetzt ein bisschen sauber machen. So, ich habe das Becken jetzt ein bisschen sauber gemacht. Also die Scheiben wieder so. Ähm, ich werde gleich noch ein bisschen Futter reinwerfen. Hm, tja, will ich noch eine Laubschicht drauflegen? Warum nicht? Aber falls ihr euch erinnert, das letzte Mal alles voller Laub. Und jetzt ist es nur noch ein geringer Anteil mit dem Laub. Ich werde vielleicht auch dann nochmal ins Becken sprühen. Falls die Schnecke, tja, ich weiß auch nicht. Ich denke, ich werde sie, hm, das ist eine gute Frage, wo ich sie hinlegen werde. Ich glaube, ich lege sie wieder da in die Ecke, wo ich sie auch gefunden habe. Ähm, was ich euch zeigen wollte ist, dass ich es faszinierend finde, dass diese Grünlilie hier jetzt über die krassen Ableger gebildet hat hier. Wir haben hier so einen Stängel, dann haben wir hier so einen Stängel und wir haben noch diesen gigantischen Stängel, den man ganz gut sehen kann. Es ist halt alles im Becken ein bisschen eng für so viele Sachen, aber ich freue mich mega. Das habe ich ja schon mal gesagt, je mehr Pflanzen hier wachsen, desto besser. Und was mir auch oft gefallen ist, da hinten in der Ecke hier, da ist ein kleiner Efeututenableger. Der kommt, ah, der kommt von hier vorne und ist nach hier hinten gewachsen. Ja, wollte ich euch auf jeden Fall halt mal zeigen, wie das so aussieht aktuell mit den Pflanzen. Ich überlege, aber ich vergesse es dann irgendwie auch immer wieder. Ich wollte hier vielleicht noch eine neue Pflanze einpflanzen, damit hier halt mal wieder ein bisschen was wächst, so an der Stelle. Ich will ja so viele Pflanzen wie möglich in dem Becken haben, aber viele Pflanzen sind halt auch nicht so dazu geeignet für dieses Becken. Also ich teste ja immer mal wieder was aus, aber manche Sachen funktionieren halt irgendwie auch nicht so richtig. Was mir eben aufgefallen ist, wo ich mich gerade noch gefragt habe, die Schnecken, ich kümmere mich gar nicht so sehr um die Schnecken. Also nicht falsch verstehen. Insofern kümmere ich mich nicht so wirklich um die Schnecken. Ich nehme sie nicht raus oder so. Oder ich streichle sie quasi auch nicht. Oder ich rede auch nicht wirklich mit denen, sondern es ist eher so, die leben in dem Becken. Und ich mache halt ab und zu die Scheiben sauber, lege denen was Neues zu futtern rein und so. Wie gesagt, kümmere mich halt auch um die Erde und so und um die Jungschnecken. Aber dass ich jetzt so auf so einer Ebene mit den Schnecken agiere, wie ich es zum Beispiel mit den Katzen mache oder so, ist eigentlich fast gar nicht der Fall. Bei meinen Guppies zum Beispiel ist das so ähnlich. Ich mache gar nicht so viel mit denen, als dass ich halt irgendwie sie füttere, die Scheiben sauber mache, Wasser auswechsle und so. Ich frage mich, ob das gut oder schlecht ist, bin ich ganz ehrlich. Also so, dass ich halt wenig mit den Tieren so an sich interagiere. Also ich denke mir halt manchmal, wenn ich so eine Schnecke wäre, so würde ich wollen, dass eine riesige Hand jetzt kommt, um mich aus dem Becken zu heben und mich irgendwie in den Kühlschrank zu stecken. Also man muss sich das ja so vorstellen. Die Schnecken leben in dem Terrarium bei ungefähr 26 Grad Celsius und eigentlich einer Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent. Und dann kommen die in einen Raum mit 18 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von laut Uhr 62 Prozent. Da muss man sich doch als Schnecke schon überfordert vorkommen, oder? Wenn plötzlich der Lebensraum sich quasi ändert. Also ich weiß es nicht genau. Ich habe halt auch schon von Leuten gesehen, die mit ihrer Schnecke dann quasi fernsehen oder so. Aber ist es gut, so die Schnecke quasi so zu vermenschlichen? Und man sagt ja auch Pflanzen nach, dass es was bringen kann, wohl angeblich mit ihnen zu reden. Vielleicht rede ich ja zu wenig mit meinen Schnecken. Aber die sind meistens irgendwie auch wach, wenn ich nicht wach bin oder so. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, ob ich mehr mit meinen Schnecken reden sollte oder nicht. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich werde euch, wie gesagt, mal auf dem Laufenden halten, was aus der Schnecke geworden ist. Ob sie gestorben ist oder ob sie sich irgendwann quasi wieder aufgekapselt hat. Werden wir dann ja sehen mit der Zeit. Das kann jetzt auf jeden Fall ein paar Monate dauern, wenn sie sich Winter eingekapselt haben sollte. Ansonsten würde ich mich auch sehr über eure Kommentare freuen. Und wir sehen uns dann bald in einem anderen Video wieder. Schreibt mir doch auch gerne mal Vorschläge für Pflanzen für das Achatschneckenterrarium in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren, was euch da so einfallen würde, was noch gut in dieses Becken passen könnte. Ich hatte ja auch mal so eine Amaryllis da, die dann so schön geblüht hat, aber die war halt viel zu groß. Wir haben auch so Blumenzwiebeln. Vielleicht könnte ich die mal noch da einpflanzen. Also so kleinere halt. Habe ich auch schon mal vorgestellt in ein paar Videos. Werde ich mir alles überlegen. Wir sehen uns bald wieder. Irre Gartenfilm Maya von Mayas Insel. Tschüss.